Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute das erste dieser Woche und das erste von sieben. Wir spielen heute eine Runde, so wie in den nächsten Tagen, in Jump World. Das war nichts. Heute mal die Map The End von aka Lenix. Ich hasse dich für diesen Sprung übrigens schon. Und ich hoffe wir, Gott sei Dank, wir schaffen die heute etwas bezüglich. Die Durchschnittszeit war glaube ich bei um die drei Minuten. Also das heißt, ich brauche 20. Oder vielleicht länger. Oder vielleicht deutlich länger, mal schauen. Jedenfalls, hallo, wie bereits Samstag angekündigt, oder Sonntag, weiß ich gar nicht mal, weil ich das Video veröffentlicht habe, wird diese Woche jeden Tag drei Videos kommen. Ein Video, Jump World. Der Sprung ist übrigens fast unmöglich. Ein Video, irgendwas random, Survival Games, Mario Party. Das war doof. Mario Party, weiß der Geier was. Und, was meine Pyros natürlich freut, ein Pyro Video. Jeden Tag. Oh mein Gott, was mache ich denn? Ich setze mich immer zurück, wenn ich es schaffe. Schon wieder. Ich habe, ich muss das Ding aus der Hand nehmen. Ne, dann brauche ich es. Ich werde beinahe die Map verlassen. Äh, also die Zeit war 2.50. Für den Sprung hast ich die sogar noch mehr. Ne, geht's. Solche Sprünge schaffen ich aber die einfach nicht. Nein. Ich hätte mir bitte einen Checkpoint gewünscht. Ah, jetzt könnt ihr sieben Tage lang mein Versagen sehen. Und ich denke mal, ich versage mindestens sechs Tage davon. Ich spring viel zu früh, hä? Oh. Oh. Oh, ja. Wir sind abgerutscht. Ich habe 40 Fels und habe nicht meinen zweiten Checkpoint. Okay. Ich muss mir halt... doch etwas mehr Zeit lassen für manche Sprünge. Ist die überhaupt möglich? Ich hoffe. Ja, ist er. So, zweiter Checkpoint. Nice. Wollte ich gerade sagen, und dann so einfach. Oh, der ist schwierig wieder mal. Der ist ganz fies. Aber definitiv besser machbar als der andere. Warum am Anfang so einen Sprung? Alles klar. Wo soll ich jetzt hin? Hä? Hä? Ich schaffe dann... Achso, ich habe eine Ender-Perle. Das ist ein ernsthafte Fakepoint, oder? Ach ne, hier geht's weiter. Also jetzt bin ich voll verwirrt. War das jetzt das Richtige? Hä? Warte mal. Bin ich dort los? Bin ich dort los? Ich glaube ja. Boah. Ja, das ist der erste Sprung. Der ist definitiv falsch. Ach, dort hinten. Also muss ich ja dort drauf. Nice. Sehr nice. Also meine Ender-Perlen-Künste sind echt gut. Oh Gott. So. Hier muss ich weit. Okay. Ich hoffe das war jetzt richtig. Hallo? So. Ah, geschafft. Also ich fand... Die Kreativität... Ja, ging. Sprünge... Sind okay. Manchmal zu schwer. Optik... Hm, geht mehr. Jo, wir haben ein Pixel. Gut, das war's dann für heute. Dann sehen wir uns morgen bei einer weiteren Progie. Ciao.